So, jetzt kommen wir in Sheikah. Das ist mir! Ach, Mädels. Jetzt gib mir dieses Vibe, Alter. Komm mit. Rein mit dir, Vibe. Keine Macht der Kriminalität und so ein Shit. Haha. Done. Das ging super, Flux. Gerne, gerne, Schätzelein. So, das Gebiet haben wir auch. Was fehlt mir denn jetzt hier noch? Fehlt mir jetzt hier noch was? Na, irgendwie schon, ne? Ned, why not? Who the fuck ist Ned, why not? Ah, hier drüben muss ich hin. Arr. Also, offenbar gibt's Stadtgebiete und diese Stadtgebiete kannst du Stück für Stück freischalten und wenn du diese Stadtgebiete freigestellt hast, kannst du ein Gangbar machen. Und ich brauch drei Gangbars, ich hab schon zwei. Naja, ja. Das ist dann sowas, du wirst genötigt, Nebenquests zu machen, damit du jetzt auch jemanden bekommst. Und du denkst, ey, what the hell? Well, why? I don't think that's so cool, actually. So, ähm. Wo war's denn hier drüben? Hier drüben. Okay, also direkt hinter mir irgendwie, da unten. Schätzelein, möchtest du, ach Gott, dann spring halt runter. Oh, brrrr. Jedes Mal keine Freude, wirklich, keine Freude. Wieso ist denn das Ding jetzt schon wieder nicht markiert? What the hell, da will ich hin. Also eigentlich nur geradeaus, lang. Ne, ich darf sie nicht rekruten, weil die mir dann Problemschins machen können. Stealth Kill. Na gut, das hat erst gar nicht geklappt. Entschuldigung. Nächstes Mal pass ich mehr auf. Ich hab halt gerne eine Kapuze auf. Lasst mich in Ruhe. Es gibt Leute, die tragen halt gerne Kapuzen. So. Da ist er doch. Oh, das wird nicht so schön. Nein, auch eh weh. Geh doch mal runter. Ich krieg den hier nicht durch. Alter, komm her. Oh, for fuck's sake. Now, where were we? That looks interesting. Ibi, nein. Alter, warum, warum? Lauf. Nee, lauf. Oh, shit. Oh, shit. Das ist nicht. Tylk. Jetzt nicht. Nein, nein, doch nicht runter! Ach, Mädel. Du sollst eigentlich auf den verkackten... ...aufs verkackte Dach gehen. Komm schon. Ach, Mädel. Oh, das ist so... ...pain in my butthole, wirklich. Oh, das ist fucking shit! Natürlich ist der Bastard jetzt wieder weg. Ich habe Angst! Ja, und jetzt? Soll ich dir zurücklatschen, oder was? Oh, das ist fucking bullshit, wirklich. Fucking, fucking bullshit. Also, das nennt man einfach mal Hardcore-behindert. Entschuldigung, ich muss jetzt durch. Nein, komm her! Oh, fuck! Lauf! Komm her, du bitch! Komm her, du bitch! Ja, ja, good bye. Wir haben keine Zeit. Ich muss, ich muss die, Alter... ...irgendwie mal hier irgendwo reinpacken. Die ist nicht tot. Die ist nur... ...schläft. Die schläft. Oh, ist das dein Ernst? Leck mich doch an! Man nimmt doch mal den Kack-Körper, Alter! Nein, das heißt nicht, ob das Kack-Ding ist. I'm gonna die so badly. Ach, ja, Gott, ja. Manche, so hart. Retarded. Ja. Jetzt machst du ihn doch tot. Dankeschön. Jetzt gib mir diesen Körper. Hier ist ein Vehikel. Das ist halt offen. Na, meine Güte. Dann tun wir es halt zu. Das ist ein Vehikel. Furchtbar. Rein da. Die ist nur bewusstlos. Die ist nicht tot. Meine Creation Hotels! Entschuldigung, ich hab schon wieder Leute umgefahren. Höhöhöhöhö. So. Die ist nicht tot. Gut. Die war nur ausgenockt. So, theoretisch hab ich das Gebiet jetzt, oder nicht? Boundary Uncomplete, Lambert. Mir fehlt hier immer noch was. Warum denn? Warum ist das immer noch rot? Ach so, wegen hier oben. Oh, Gott. Sie ist so retarded. I just can't stand this retardedness. I need to kill these both. And now I need to get up here. Goodbye, my friends. Ach so. 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 bloß kein Auto und noch weniger eine Kutche. So. Okay, Bounty Hunt. Rein hier. Aus dem Weg, bitch. Teddy, gib mir aber deinen Schüt. Der dann nicht. Doch, danke. Spring auf ihn, danke. Wo ist denn der komische gelbe Typ eigentlich? Hä? Das schäke ich hier gerade nicht ganz. Ja, fucking murder. Wo ist denn meine Zielperson? Da unten. Nee, ich... Die ist da unten drinnen. Offenbar. Die ist irgendwo hier unten. Die ist irgendwo hier unten. Wer da? Die ist irgendwo in den Kuchen. Die ist in der Kuchen. Okay, now do your prison time. Rein mit dir. Ich muss hier fahren. Oh shit, ich kann nicht mehr fahren. Doch jetzt. Ach komm, ehrlich. Lick mich doch im Arsch. So, jetzt müsste ich theoretisch den Gatsbereich haben, oder nicht? Vielleicht, maybe? Finally! Gang war. Wir machen jetzt Gang war. So, wie komm ich da jetzt so schnellstmöglich hin? Ich schnapp mir jetzt einen von diesen netten Dingern hier und dann forschte einfach hin. So. Ich hab ja mein GPS Pferd. Und daher sollte das eigentlich relativ flott gehen, dass wir dorthin kommen. Ich hab ja mein GPS hier. Komm schon! Slow down. Hier. Shoot now! Ich brauche deine Skills. Mehr als ich. Mach den mal tot. Wie sieht's denn aus? Geldmäßig. Kann ich mir noch was leisten? Was Schönes vielleicht? Irgendwas tolles. Irgendwo umkommt wie mit dem Bulli-Fire. Das ist bestimmt nicht schlecht. Dann schießen die halt sofort. Also wenn ich sage, yo, Leute, macht mal hier was. Ja? Das erste, was die dann theoretisch machen, ist, ähm, komm, stehen, einsteig. Gang war. Auf, auf. Oh, es geht wie Kitty kann ich kutsche von. Nein! Da wollte der eiskalt abbiegen, ey. So, Freunde. Na dann, hopp, hopp. Hihi, Gang war! Das ist eigentlich ganz cool gemacht mit den Gangs und so. Mit Mr. Strain no longer in the realm of the living, I'd say you have a fair chance of winning Lambeth. May the best Brutes win. This Burra is ours for the taking. We will win the We will win the We will win the We will win the Aua! Das schon was das. Hihi. Ladies and gentlemen, we are Evie and Jacob Frye and as of this moment, you all work for us. Ach, die anderen haben sich ergeben, offenbar. Du bekämpfst eine gewisse Menge an Leuten und dann sagen sie, yeah, voll gut. New Sequence unlocked, Sequence 8. Okay, das heißt, ich muss definitiv... Ich überlege aber gerade, also der Bezirk gehört uns, der gehört auch uns, der gehört nicht uns. Hier ist auch noch so etwas komisches, was ich mit euch machen möchte. Ich glaube, ich bin gerade am überlegen, ob wir das vielleicht machen. Weil dann, dann haben wir zumindest... Was war das denn gerade? Mehrere Bezirke. Und wenn dann irgendwann nochmal kommt, Du musst das hier doch scheiß machen, ja. Dann sage ich, nee, hab ich schon gemacht, Arschloch. Hm. 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 Seems a letter has come for Jacob. Ein Briefchen. Ein Briefchen. Wer hat da hier ein Briefchen gekriegt? So, so. Wir können zu dem, echt, wir können zu den Blighters gehen. Das finde ich aber hardcore merkwürdig. Oder? Ja. Ja. Hat Nigel schon wieder mits gebaut? Runter. Die Junge ist fürchterlich. Ehrlich, der macht nur Scheiße. Er ist einfach im Knast, da muss man ihn rausholen. Dann war er der Starker Nummer eins. Nur weil er zu uns dazugehören wollte. Wie komme ich denn hier wie schnellstmöglich aus dem Bahnhof raus? Ah, ein Ausgang. Ah, ein Ausgang.